Wir sind hier gerade am Trotsky Square in der Mitte von Tomsk und hier kann man zu dieser Jahreszeit Ende Dezember den Eisskulpturen der Bewerber rundern und ich nehme euch jetzt mit auf die Reise zwischen den ganzen verschiedenen Eisskulpturen, die es hier gibt. Musik 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es so ist, schaut auf meinen Toms vorbei.